Textbuch Ein Kurs in Wundern Kreuthow Verlag Kapitel 31 Die letzte Schau Nummer 3 Dies Selbstankläger Seite 654 bis 656 Nur Selbstankläger verurteilen Während du dich vorbereitest, eine Wahl zu treffen, die andere Ergebnisse zur Folge haben wird, gibt es zuerst etwas, was es intensiv zu lernen gilt. Es muss zu einer Gewohnheit des Reagierens werden, die so typisch ist für alles, was du tust, dass sie zu deiner ersten Reaktion auf jegliche Versuchung und auf jede Lage wird, die sich ergibt. Lerne das und lern es gut, denn hier wird die Verzögerung des Glücks um eine ungeahnte Spannezeit verkürzt. Du hasst deinen Bruder nie um seine Sünden, sondern nur um deiner eigenen Willen. Welche Form seines Sünden auch anzunehmen scheinen, sie verschleiert nur die Tatsache, dass du glaubst, sie seien deine und verdienten deshalb den gerechten Angriff. Warum sollten seine Sünden Sünden sein, wenn du nicht glaubtest, dass sie in dir nicht vergeben werden können? Warum sind sie in ihm wirklich, wenn du nicht glaubtest, sie seien deine Wirklichkeit? Und weshalb greifst du sie denn aller Orten an? Wenn nicht, weil du dich selber hasst? Bist du eine Sünde? Wann immer du angreifst, antwortest du mit Ja. Denn durch Angriff erklärst du, dass du schuldig bist und geben musst, was du verdienst. Und was kannst du verdienen, außer was du bist? Wenn du nicht glaubtest, du verdienst Angriff, würde es dir nie einfallen, überhaupt jemanden anzugreifen. Weshalb solltest du auch? Was würdest du dadurch gewinnen? Was könnte das Ergebnis sein, welches du haben möchtest? Und wie denn könnte Mord dir Nutzen bringen? Sünden sind in Körpern. Sie werden nicht im Geiste wahrgenommen. Sie werden nicht als Zwecke, sondern als Handlungen gesehen. Deswegen muss der Körper um dessen Willen, was er tut, was er tut, im Unrecht sein. Er wird nicht als ein passives Ding gesehen, das deinen Befehlen gehorcht und von sich aus gar nichts tut. Wenn du Sünde bist, wenn du Sünde bist, bist du ein Körper, denn der Geist handelt nicht. und der Zweck muss im Körper sein, nicht im Geist. Der Körper muss von sich aus handeln und sich selber motivieren. Wenn du Sünde bist, wenn du Sünde bist, schließt du den Geist im Körper ein. Und seinen Zweck gibst du nun seinem Kerkerhaus, das statt seiner handelt. Ein Kerkermeister folgt keinen Befehlen, sondern zwingt dem Gefangenen Befehle auf. Dennoch ist der Körper der Gefangene, nicht der Geist. Der Körper denkt keine Gedanken. Er hat keine Macht zu lernen, zu verzeihen oder zu versklaven. Er gibt keine Befehle, denen der Geist dienen muss, noch legt er Bedingungen fest, denen er gehorchen muss. Er hält nur den willigen Geist Gefangenen, der dort verweilen möchte. Er erkrankt auf das Geheiß des Geistes, der sein Gefangener werden möchte. Und er wird alt und stirbt, weil jener Geist in sich selbst krank ist. Lernen ist das Einzige, was Veränderung verursacht. Deshalb könnte sich der Körper, wo kein Lernen stattfinden kann, niemals ändern. Es sei denn, der Geist zieht vor, dass der Körper seine Erscheinungen verändere, um dem Zwecke zu entsprechen, den der Geist ihm gibt. Denn der Geist kann lernen und dort wird jede Änderung vorgenommen. Der Geist, der denkt, er sei Sünde, hat nur das eine Ziel, dass der Körper Quelle sei der Sünde, um ihn in dem Kerkhaus zu halten, das er gewählt hat und bewacht. Und wo er selber sich ins Schach hält, als schlafenden Gefangenen, der knurrenden Hunde von Hass und Bösem, von Krankheit und Angriff, Schmerz und Alter, Gram und Leiden. Hier werden die Opfergedanken aufrechterhalten. Denn hier regiert die Schuld und sie befiehlt, die Welt sei wie sie selbst. Ein Ort, an dem nichts Gnade finden, noch die Verwüstung der Angst überleben kann, außer in Mord und Tod. Denn hier wirst du zur Sünde gemacht. Und die Sünde kann die Freudigen und die Freien nicht ertragen, denn sie sind Feinde, die die Sünde töten muss. Im Tod wird die Sünde erhalten und diejenigen, die denken, dass sie Sünde sind, müssen für das sterben, wofür sie sich halten. Wir wollen froh sein, dass du das sehen wirst, was du glaubst und dass es dir gegeben ist, das zu ändern, was du glaubst. Der Körper wird lediglich folgen, er kann dich niemals dorthin führen, wo du nicht sein willst. Weder bewacht er deinen Schlaf, noch hindert er dich am Erwachen. Befreie deinen Körper aus der Gefangenschaft, dann wirst du niemanden als Gefangenen dessen sehen, dem du entronnen bist. Du wirst weder deine gewählten Feinde in der Schuld halten wollen, noch diejenigen, von denen du denkst, sie seien Freunde, an die Illusion einer veränderlichen Liebe gekettet lassen. Die Unschuldigen befreien in Dankbarkeit für ihre Befreiung und was sie sehen, erhält ihr Freisein von Gefangenschaft und Tod aufrecht. Öffne deinen Geist der Veränderung und es wird keine alte Strafe geben, die von deinem Bruder oder dir gefordert wird. Denn Gott hat gesagt, es gibt kein Opfer, das gefordert werden kann. Es gibt kein Opfer, das geleistet werden kann. Amen.